Ja, absolut. In jedem Fall. Ich würde sagen, während den Anfängen. Damit fängt nämlich alles an. Vielleicht. Oder ja. Ich denke mal schon, weil ich weiß jetzt nicht, wie das mit der Gesundheit aussieht, aber das animiert ja nur Leute zum Rauchen und Rauchen ist ja jetzt nicht so das Beste. Ich denke, weil es gut ist, um die Jugend zu schützen. Weil viele sich gar nicht bewusst sind, dass selbst Shishan schon Auswirkungen haben kann, gesundheitlich. Weil Shishan oft quasi als schwache Methode angesehen wird, dass es keine große Wirkung auf den Körper hätte. Und ich denke, viele unterschätzen das einfach und haben dann doch Jahre später immer noch Probleme. Ja, finde ich schon sehr notwendig, weil es häufig darüber ist, dass dadurch wirklich normale Zigaretten kommen und schnell der Gewöhnungseffekt da ist. Ich denke, nein, weil die Jugendlichen werden so oder so zu Zigaretten und anderen gesundheitsschädlichen Mitteln zukommen. Deswegen ist es einfach besser, wenn man das auf eine gesunde Art und unter Kontrolle halten kann. Also ich würde es Minderjährigen nicht empfehlen. Also ich bin der Meinung, nicht dran rütteln heißt per Saldo in jedem Fall ein Verbot, was ich nicht kenne. Dann kann nichts passieren. Also das Gleiche, wenn ich einen Sicherheitsgurt ins Auto einbaue, wenn ich den benutze, passiert weniger oder gar nichts. Wenn ich sage, ich überlasse das den Leuten freiwillig. Ich denke, da müsste man vielleicht, vielleicht wäre auch mehr Aufklärungsarbeit einfach schon die Lösung. Aber irgendwas müsste man vielleicht machen.